Ja, ich hab wieder mal einen Stopp gemacht. Ich weiß nicht, ob das was bringt. Nervt ein bisschen, aber dann werden die Zeiten halt mal regelmäßiger. Ist jetzt nur ein Test. Ist ja auch nur 30 Minuten. Fortfahren. Denn ich habe einzigartige magische Waren im Angebot. Und ich das Beste, was die Schmieden des Rings herstellen können. Gut, bleibt zurück und fasst hier nichts mehr an. Dann werdet ihr weiterleben. Schweigt ihr. Schweigt ihr gehört zum Schwarzen Ring und werdet hier und jetzt sterben. Leider kann ich nicht alle ihre Items haben, die sie zu verkaufen haben, wenn ich sie tüte. Deswegen... Abgemacht, Drache. Ganz wichtig, ihr befehlt. Ja, ganz wichtig, ihr befehlt. Sehr klar. Auf jeden Fall dieser eine. Der interessiert mich mehr, der eine mit dem Trank. Ja, du... Nein, das war der falsche, aber vielleicht ist seine Waffen besonders empfehlenswert momentan. Ähm, siebzehnten, nein. Mh, nein. Das wird knapp, doch den nämlich. Ach so. Ja, nicht genügend Geld, war ja klar. Aber ich habe ja hier noch geringe Gewandtheit, brauche ich nicht. Stärke brauche ich nicht. Verjüngung kann ich noch gebrauchen, irgendwann. Heilung kann ich gebrauchen, kann ich alles gebrauchen, leider. Kann ich gebrauchen, kann ich nicht gebrauchen. Weg, 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 weg. class, weg, 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 weg. Und zwar macht der 3, 17 bis 29 Schaden und der macht... 19 bis 42 Schaden und noch mal extra ultra und eigentlich noch mal der hat man Problem ist dann dahin möchte ich das haben genauso ich kann das Schwert leider nicht verkaufen dieses von dem Eintracht Ritter keine Ahnung warum nicht das ist irgendwie ein Festgegenstand noch ein paar Tränke können ja nicht schaden hallo Tränkeverkäufer erstmal nochmal an die kleinen Kasten durchschauen ein weiterer Gegenstand für meine Sammlung, Drache, Dämon, ist alles das gleiche? alles das gleiche ähm ok er hat nur diese extremst überteuerten Tränke die aber extrem viel bringen deswegen werde ich jetzt nichts kaufen ähm kann ich mit Schuss, ok jetzt erstmal diesen Hebel betätigen dann löste ich mich das Schutzschild auf dann gibt es noch einen, äh noch zwei diesen Hebel dann der Schutzschild das hätte ich also alles nicht so machen müssen so umständlich kämpfen ich mache es aber ein bisschen herausfordernd mehr und jetzt hier jetzt kann ich weiter ins in die Europas Führer oder vordringen ähm gut ich gehe dann wieder du kannst dich auflösen Monster ich bin jetzt Level 19 und ich glaube Level 20 werden wir nicht mit dem sehen sondern den hier ja weil der ist dann viel viel stärker also genau in einem Level gut jetzt habe ich das hier besiegt ähm ich könnte jetzt mit diesem Quest da unten weitermachen habe ich momentan aber keine Lust sondern ich möchte der wir warten nein Mann 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 ich komme immer auf Kuh ach das gab immer noch kein Level ich möchte ein Level kommen gib mir dein Level gib mir dein Leben gib mir dein EP so ja gut ähm ihr Kuh so ähm kennt ihr ja schon sag ich jedes Mal okay jetzt habe ich diese neuen Fähigkeiten und da wähle ich Dämon ja der ist Stufe 20 bleibt nicht ganz so lang wie mein Monster ich kann nochmal beschwören zuvor für Zwecken wie er aussieht halt wie ein Dämon aussieht wurde ja schon gezeigt ich bin nur noch das Lager hier und dann heißt es für heute definitiv tschüss ich hatte einfach nochmal Lust ein bisschen Divinity zu spielen ähm oder Definity ist mir egal die Definity das gibt ja dieses Lied ähm und da wird es mit F geschrieben also Divinity ja komm ich speichere wieder als Drache jetzt gibt es noch soviel da und überall und bäm ach das ist mein Schatten nach dem Töten und dann eigentlich müsste der Teil mal nochmal anspringen aber ich muss ja nicht zu Ende machen ich geh wieder nach hinten und da ist mein Turm und boah es ist hell und bäm und grad sieht es richtig hammergeil aus und diese Überstrahleffekte und dann nicht als Drache und boah dann okay auf jeden Fall die Händen dritte was das macht man präsentiert es gibt rasch plötzlich ich hab mal eine Idee ob ich das hin krieg darum liegt ja auch ein Buch okay bitte 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 zerknüllte Notiz die werde ich gleich mal lesen noch zerknüllte Notiz nein hier ist es nicht hier hier ist es cool drauf zu stehen deswegen wird zwar heute hier enden ja was soll ich noch sagen nix bis man das jetzt weg werden das war der Winni T2 also ciao ähm bis zum nächsten Mal da 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 und noch mal geile Überschreifekte also ciao hier auch ihr